FFH-CV Dunkel, kalt, nass, Herbst. Zeit für das kleinste Kuschelkonzert mit Maria Mena. Nur 20 Pärchen und die hübsche Norwegerin anplackt vor loderndem Kaminfeuer. Das Ganze in der romantischen Kulisse eines echten Schlosses. Maria Mena bedeutet für uns heute Entspannung, Freude, Zweisamkeit, Unverliebtheit. Just hold me oder all this time. Maria Mena füllt normalerweise große Hallen, in kuscheligem Rahmen ist sie fast noch besser. Und der Herbst, der ist bei so viel Schmuse-Stimmung fast vergessen. Das beste Rezept gegen Kälte sind nun mal gute Musik und warme Gedanken. Das beste Rezept gegen Kälte sind nun mal gute Musik und warme Gedanken. Das beste Rezept gegen Kälte sind nun mal gute Musik und warme Gedanken.